Tag 80 und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stranded Deep. So, leck, 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 leck. Ja, erstmal einmal rumdrehen. So, wir haben zuletzt hier aufgehört auf dieser Insel. Oh, böser Baum. Und... Genau, zu dieser Insel geht's zurück. Und mein Ziel war es jetzt endlich zu, ja, meiner Insel zu kommen. Was bedeutet, wir werden nach kurzem Umschauen, wie gesagt, ein bisschen ist es schon wieder her, aber noch eigentlich sehr gut. Okay. Und wir fahren mal zu der da rüber. Weiß nicht, ob ich das vorhatte, sorry dafür schon mal. Oder wir fahren zu der. Ups. Ich persönlich würde tatsächlich mal zu der fahren. Ich hoffe, dass das auch so geplant war, wenn nicht. Na, sorry. Ah, nee, 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 brauche ich ja. Ah, genau. Knopf ist natürlich super wichtig. Und genau, die ist voll. Oh. Ah, ja, ja, mal kurz gucken. Aber nee, sieht gut aus. Ich würde hier gerne noch mal ganz kurz gucken, ob hier das nachgewachsen ist. Die Büsche, nee, sind sie nicht. Mist. Dann werde ich hier mal ganz fix einen Baum fällen. Wie sieht denn überhaupt die Axt aus? Ah, gut, 28. Ein Prozent. 89. So. Dann können wir erstmal das Wasser hier nochmal auffüllen. Ah, 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 mitnehmen, mitnehmen. Das nehme ich auch mal mit. Oh, das nehme ich natürlich auch mit. Perfekt. Perfekt und. Perfekt. So. Das Ding nehmen wir jetzt mal auseinander. Müsste es auch die 98. Folge sein. Vier. Jetzt haben wir noch ein. Drei. Das heißt, dann bleibt noch einer übrig. Ja. Okay. Wie sieht denn das jetzt hier nochmal aus? Ne. Ist egal. Das lasse ich erstmal hier. Moment mal kurz gucken. Mit den lilanen Dingern. Aber hier nicht. Gut. Ist jetzt die Frage, ob das eine gute Idee ist. Dahin oder halt dahin. Aber da ich jetzt gesagt habe, dass ich sowieso dahin erstmal schippern möchte, mache ich das jetzt auch. War das gerade lernst, habt ihr jetzt schon ein Hai? Oder war es wirklich nur der Stein? So. Gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ist doch eine gute Idee, das war hier, weil dann schwimmen wir wahrscheinlich dann zu der rüber. Oder zu der. Ja gut, mal gucken. Das sehe ich, wenn ich dann da bin. Gut, dann erstmal bis gleich zur Insel da drüben. Oder halt bis zum nächsten Haiangriff. Okay, das muss ich jetzt mal gerade einfangen, wie die Sonne da aufgeht. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, das war ganz kurz richtig knalleorange. Und dann, das ging leider zu schnell. Aber gut, wir sind jetzt eh da. Aber das sah echt cool aus. Das sah echt cool aus. Ist das ein Ziggelow? Ne, ist ein Container. Ja, man sieht doch einige Inseln mehr so oben. Äh. Wir sind doch... Hä? Sind wir jetzt so weit abgedriftet? Das müsste die Insel gewesen sein. Oh mein Gott. Das wäre Mist, wenn nicht. Deswegen ist es eigentlich immer sinnvoll, erstmal ringsherum die Inseln und nicht straight zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Als müsste die gewesen sein, weil wir zu der nicht... Doch, wir hatten keinen großen Stein drauf. Oh, da will ich es die Umrisse so ein bisschen merken. Puh. Okay. Das heißt... Erstmal so dahin drehen. Genau. So, wir haben schon mal ein Wildschwein. 75. Das brauche ich erstmal nicht. Und das brauche ich auch erstmal nicht. Doch, klar. An dem Messer brauche ich. Ne, ein richtiges. Genau. 22. Ja, komm. Ist das eins? Oh! Verdammt. Okay, kommt doch zu mir. Kommt hier die... Bestimmt hoch. Kommt schon schnell. Bevor er Schweinchen mich sieht. Äh, da. Jawohl. Direkt ein Handy gegeben. Ja gut, der eine Pfeil ist scheinbar jetzt wirklich... Weg. Habe ich jetzt leider auch nicht so drauf geachtet, wo er hingeflogen ist. Aber müsste er dann auch irgendwo hier sein. Und... Ja. Schade. Schade. Plang. Warten wir jetzt nochmal kurz. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Verdammt nur noch den einen. So. Au. Verdammt. Okay. Wusste ich jetzt nicht. Leute. Das kannst du doch keiner erzählen. Wie viel das Ding da ins Gesicht bekommen muss. Oh. Die linke Insel. Da ist irgendwas drauf. Ich muss gestehen, das sieht das nicht aus. Wie mein Haus. Weil das ist ja... Doch, das könnte hinter... Aber da liegt doch irgendwas anderes. Gibt das Boot? Zwei Stück links und rechts. 14, 22, äh... 6, 7, 8 Prozent hat das gekostet. Oh. Oh. Alter. Es reicht. Hat das viel Leben gekostet? Nö. Das ist sehr gut. Das haben wir hier zweimal sogar. Das ist perfekt. Zweimal brauchen wir sogar. Ähm. Hä? Tag 80 war ich doch schon. Warum steht... Egal. Nicht aufregen. Okay. Wir bauen jetzt hier... Jetzt erstmal... Auf. Oder wir bauen was Digis. Oh, jetzt ruhig wegen Schlange erstmal. Bist immer ruhig. Okay. Feuer können wir schon mal bauen. Äh. Moment. Jetzt muss ich... Drei Steine. Wer habe ich denn? Null. Auch nicht schlecht. Steine. Steine. Okay, hier. Stein. Stein. Krabbe. Krabbe. Stein. Krabbe. Alter, da ist eine Schlange, da ist eine Schlange, da ist eine Schlange. Schau. 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 Ui, da hab ich ihn niest. Gut, jetzt haben wir drei Steine. Stimmt, ja. Ups, okay. Das Gewitter war ja hier richtig extrem. Sieht es im Allgemeinen so aus, doch eigentlich, ja. Sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Zeigt er mir jetzt auch das... Ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das hier wäre jetzt erstmal wichtiger. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein... ...ein Baum fällen. Ähm. Nee, doch. Müsste das... Eigentlich müsste es gewesen sein. Ich geh jetzt einfach mal davon aus. Äh, genau das kann hier... Achso, Moment. Das kann ich ja hier schon mal... ...attachen. Äh, da braucht man jetzt die Axt. Right now. Okay. Oh, da war zu viel. Halt. W-w-w-wait. Du bist doch da. Ich wollte gerade sagen. Consumer Builds. Das da. Dann brauche ich nochmal ein Seil. Verdammt. Ups. Ach ja, da wir eine Schlange weggemacht haben, heißt ja nicht, dass alle weg sind. Bei dem Gewitter, die jetzt zu hören, ist schon schwierig. Gut. Oh. Ah, drei Steine. Zwei Steine. Verdammt. Da liegt einer. Mal gucken, ob wir da noch mehr finden in der Ecke. Weil ich glaube... Hier waren wir sogar noch nicht. Hoffe ich. Da, Gott sei Dank. Ich gehe mal kurz rum. Okay. Bleib bei zwei. Äh, 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 äh. Naja. Ja. Wir sind auch... Wir haben auch ein paar... So viel Bier brauchen. Sag ich mal so. Aber wir müssen hier unbedingt mal... ...Essen und Trinken hinstellen. Und jetzt, solange es auch regnet, wäre es natürlich... ...das Erste, was jetzt ganz geil wäre. Na. Ich glaube, das füllt ja gleichzeitig mit auf. Oh, nein. Nicht die benutzen. Verdammt. Die brauche ich ja hierfür. Ja. Na gut. Muss ich nochmal einen Baum füllen. Ist auch nicht so schlimm. 1, 2, 3, 4. Und einer. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmals... ...Dickies, 3. Und ein Seil. Das bedeutet, ich gehe nochmal rum. Jetzt bin ich auch wieder ruhig. Wegen Schlange. So. Jetzt gehen wir außen rum. Da sehen wir, wenn Schlangen da sein sollten. Hä? Die habe ich gar nicht gesehen. What? Okay. We can a sleeping bear play platz. Wir spa... Ja, doch, doch, doch. Wir speichern. Jetzt brauche ich noch das hier. Ein Seil und drei Stickies. Eins, zwei, drei und ein Seil. Dafür brauche ich noch den. Okay, dann können wir den auch bauen. Drehen mal so. Perfekt. Perfekt. Jetzt brauchen wir nochmal ein paar... Ups, ein paar Holz. Regen hört auf. Ist gleich viel leiser. Zünder... Kommt hier auch hin. Uiuiui. Okay, du kriegst hier nochmal einen. Ach ja, mein Leben ist ja auch ein bisschen runter. Okay. Jetzt holen wir uns bei hier das ganze Fleisch. Die Schlange hat mal ausgenommen. Dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt brauchen wir erstmal fünf Fleisch. Ne, zweimal. Das heißt, so ein Ding und jetzt nochmal das Schwänchen. Dann können wir den Ofen anmachen. Der Ofen, ja gut. Ach, jetzt kriegen wir ja Leder. Ich hab drei oder viermal Leder und dann Fleisch. Alter, Schluckoff. Ach ja, jetzt kriegen wir Fleisch. Das hört jetzt selber hinten. Ist der Sound dann auch anders? Oh, das war's. Okay, dann muss ich doch tatsächlich... Ach, hätte ich die kleine Crabble mitnehmen können. Naja, gut. Okay, haben wir so Platz? Äh. Wenn man so viele Spiele spielt, dann kommt man hier komplett durcheinander. Oh, ist das ärgerlich. Mit dem Inventar und sowas. Ich hoff, wieder die ganzen Boote zu looten. Das wird wieder Spaß machen. Das feiere ich immer noch am meisten. Am allermeisten. Gut. Daher aber jetzt ein bisschen mehr Fleisch haben, ist auch nicht schlimm, weil... wir ja sowieso gleich, äh, was essen müssen. Okay. So. Wir müssen ja auch fast überall Level voll hoch haben, ne? Ja, theoretisch ja, also... Gut. Gut, 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 gut. 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 Okay. Ja, komm. Okay. Eins, zwei, drei. Für den Pfeil. Boah. Alter. Leute. Macht das nicht. Ich wollte gerade sagen. Das hätte es nicht sein müssen. Gut. Dann erst mal vielen Dank fürs Zuschauen. Abnehm mich. Gib doch noch um. Schreibt den Kommentar, ob euch das Video gefallen hat. Tschüss. 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 Vielen Dank.